Guten Morgen! Also, ich war jetzt gerade in der Werkstatt und habe mir von der Unica den Safeline installieren lassen. Das heißt, ich kann das Auto orten lassen und wenn ein Unfall ist, wird mir Hilfe geschickt. Und jetzt fahren wir ins Büro und schauen mal, was wir dort erledigen werden. So, ich habe jetzt gerade in den Mustern gewechselt, weil der Christian braucht den Tesla, um dann später so ein paar Termine zu fahren. Ja, fahren wir schnell ins Büro und fangen dann an zu arbeiten. Was sagst du dazu, Pipp? Mördergeschichte. Das ist echt geil. Da stehe ich dann den ganzen Tag und schaue immer dumm. Ja, und ich lieg da drinnen halt. Dann schau dir zu, wie du deppert herumstehst. Also, ich komme mir vor wie im Spiegelkabinett. Sieht aus wie im Spiegelkabinett. Aber meine Idee war doch cool. Und was machst du jetzt, Marc? Ich häng's mal anders auf. Es hat Kacke ausgeschaut. Es schaut noch immer Kacke aus. Aber jetzt hängt's wenigstens nicht in meinem Blickfeld. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020